Musik Hier ist Greg. Ich melde mich mitten aus dem gefährlichen Nebel. Um uns ist die Sicht gleich null. Wir bewegen uns nahezu mit Schrittgeschwindigkeit durch den grauenhaften Nebel. Musik 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 Wieder eine neue Katastrophe. Musik 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 nach vorne. Ich hoffe, Sie können es erkennen. Hier noch relativ freie Sicht und dort warwärt sie uns entgegen. Warten Sie, ich versuche mit meinem Restlichtverstärker die ganze Sache zu erhellen, was einen geringfügigen, aber nur unwesentlichen Erfolg bringt. Wir sollten schauen, dass wir uns langsam zu unserem Gregg-Mobil aufmachen, um der tödlichen Gefahr noch frühzeitig zu entkommen. Sie können es, glaube ich, nicht erkennen. Hier sind wir jetzt direkt am Gregg-Mobil. Ich schließe es auf. Warten Sie. Ja, langsam werden die Umrisse wieder erkennbar. So dicht ist der Nebel, da noch der blaue Himmel. Und schon hier deutlich zu sehen, wie die Wand uns immer mehr vereinnimmt. Wir müssen jetzt starten. Wir müssen uns auf den Weg machen. Ich melde mich wieder, wenn ich in Sicherheit bin. Ihr Gregg ständig in Gefahr. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Ich hoffe, wir kommen hier. Ich hoffe, wir kommen hier. Untertitelung des ZDF, 2020